das war ja cool black cowboy boots ich habe übrigens jetzt diese cowboy boots ja schwarze sind natürlich noch mal coole sache aber die roten sind definitiv besser ich scrappe den scheiß einfach mal weg so green t-shirt alles weg scrappen und ich merke gerade ich bräuchte was eine neue waffe eine wurde klappt wird das einzige sein was ich jetzt machen kann was fehlt mir denn da so die hauen tatsächlich schon die türen ein ich sag euch das wird ganz ganz schlimm also sicherheitshalber mache ich was mache ich denn da wo eine lampe rein damit ich nichts bauen ich glaube das mit der lampe lasse ich einfach mal das ist mal gucken ob da jünger versuchte reinzukommen durch die tür noch nicht oder ist das alles etwa nach oben das macht mich einfach zu heiß kommt ich scrappe den scheiß die tür ist natürlich natürlich auch verschlossen okay aber mit unser stil pickaxe können wir da locker durchhauen ich weiß auch schon ganz genau wo die jungs stehen nämlich da hinten bei dieser tür seht ihr das also als erstes kriegt er von mir und daneben so mein freund ich habe ich jetzt kann ich in aller seelen ruhe mit offener tür natürlich hier weiter suchen und das wichtigste ist hier ist diese kiste noch nie da da ist die kiste sie existiert noch feine sache so nichts nichts eiderdaus so nächste tür da muss ich erstmal hier mit dran so jetzt können wir die spitzhacke auspacken moment da sollte sich noch eine kiste verbergen und das tut sie tatsächlich kontrolliere ob da oben nichts reinkommt ah ja das sieht aber irgendwie nicht so dolle aus was da passiert gut schnell noch in die kiste reingucken bevor wir dann abhauen oh ja eine fire axe die habe ich mir so sehnsüchtig gewünscht und ein caliper wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen und ein schiebregler in so ein messgerät hier ist alles zu wir können aber da hinten tatsächlich noch Sekunde da war noch niemand wir wollen sie nicht unnötig aufregen ich möchte sie nicht aufscheuchen eine weitere neuerung übrigens eine sehr gute wie ich finde ist die leichen vermodern zwar jetzt deutlich schneller aber du kannst sie auch in vermutetem zustand noch looten ich könnte jetzt zum beispiel noch dort rein looten raus geht's so mein freund du hörst jetzt gefälligst auf treff ich dich jetzt habe ich ihn einmal jetzt habe ich ihn zweimal jetzt habe ich ihn dreimal und ich kann von hier aus immer noch looten zwei blöcke entfernen dankeschön so jetzt ist hier ruhe in der truhe gucken wir uns die holzachs mal an ja mit einem schlag zwölfe so die gegend die hat sich nicht viel geändert wir springen jetzt nirgendwo drauf okay das klappt jetzt noch nicht so ganz ne das klappt noch nicht jetzt klappt es so er hat natürlich nichts zu bieten dann können wir direkt hier runter uns hier her schleichen bis zu dem letzten kleinen kerl hier unten der arme der hat magnum parts für uns wie schön dass ich jetzt gar keinen platz mehr habe tja bleibt ja nur noch eine wahl den iron garden hole zu scrappen und die magnum parts mitzunehmen so da wollen wir nicht rein da das brauchen wir jetzt nicht wirklich wir stellen uns jetzt einfach mal hier drauf so 386 holz oh ja wie macht das diese axt hier auch nicht übel ich mach die kleine axt mal gerade zu ende fertig kaputt und aus so wir haben jetzt schon 22 minuten recorded bei dieser session das wären bei mir normalerweise schon zwei komplette folgen gucken einfach mal was ich hier draus mache ob das jetzt einfach nur ein let's show ein kurzes ist für die 15 oder ob ich hier tatsächlich dran weitermache dann hätte ich ja eigentlich von Anfang an ich wollte ja eigentlich online gehen geht leider nicht wegen der extremen 15er alpha extrem unstable versions so jetzt ist er weg jetzt haben wir ein bisschen mehr holz da kann man schon mit leben so halbwegs und äh ja genau das autochit wollte ich nämlich auch noch durchsuchen schwarzpulver uns geht es soweit gut uns fehlt ein ausdauer punkt ja orga parts bauenschiff bauenschiff brauche ich denn noch ja zum auseinandernehmen auf jeden fall golden rot jetzt kann ich pflanzen ich kann jetzt tatsächlich pflanzen und das werde ich wahrscheinlich auch tun das schwarzpulver kann ich weglassen dann müsste ich jetzt wieder nach hause aber ich durchsuche trotzdem nochmal den dumpster ich habe ja noch längst nicht alles da oben geht es ja noch weiter da ist ja noch eine ganze äh eine zweite etage ja das ist ein dumpster oh und los geht's so die leiche ist leer hier war noch ein nest da ist ein nest ah ja kann ich leider nicht mitnehmen aber hier oben war eigentlich immer ein guter aussichtspunkt da kann ich euch jetzt mal zeigen hier schaut mal wie weit ihr da tatsächlich schauen könnt ich bin zur stadt gelaufen lass mich überlegen welche seite bin ich denn her gekommen das könnte da oben vom berg gewesen sein es könnte aber auch von da gewesen sein ich glaube ja das war dort ja da hinten diesen super langen weg ich denke ich habe es nämlich naja wird schon passen oder was die seite nein die war es auf keinen fall sonst wollte ich schon wie superman hier runter springen ist ja nicht hoch das hätte meinen tod bedeutet gut wir wollen absteigen nicht so sondern wirklich absteigen da komme ich jetzt nicht rein schade oh ich dachte gerade schon hier wäre einer das auto können wir noch nicht suchen wir können zwar nichts mehr mitnehmen aber es könnte hier was drin sein was ich schon habe zum beispiel so auf wieder tschüss wollte ich gerade sagen passt nicht probieren wir es nochmal das mag er nicht dann muss ich tatsächlich wieder hinten rum gehen wir haben schon 17.17 Uhr an Tag 3 Sekunde mal achso ne ich möchte hier nichts kaputt hauen was ich später noch brauchen könnte irgendwelche fette bei mir nichts dergleichen na dann zurück marsch marsch so schön wieder zumachen oh hier da liegt ein Toter den habe ich noch gar nicht durchsucht ja liebe Freunde ich bin schon wieder voll gehen wir mal zurück zu meinem Häuslein das ist natürlich das ist auch wieder so ein leckeres da haben die schon alles hier kaputt geholzt sehe ich gerade alle Fenster sind hinüber aber naja gut erstmal hier rüber wir schaffen das wir schaffen das oh was war das jetzt oh hier vermudert aua das ist die Kakteen kann man so schlecht hier sehen da macht es auch keinen richtigen Spaß mehr hier so ihr seht wirklich so eine Weizsicht ist super einfach nur super so die Sonne strahlt und brennt schnell die Tür zu damit mehr kühl wird jetzt können wir auch ablegen Fleisch Pillen am Anfang mache ich das noch zusammen diese Krankenhausgeschichten und die Nahrung so der Tello ach der ist ja schon fertig gebrannt haben wir hier noch was Goldenrod Seed achso Blueberry und Goldenrod Seed dann tue ich mal hier rein da rein den Amboss hier unten Amboss und Caliber das das Leder kommt hier rein das kommt da rein das kommt da rein natürlich die Auger Parts und Leder wollte ich doch da rein tun wieso habe ich das Leder nicht da rein getan so das war's soweit den Rest lasse ich hier jetzt geht es hier in diese Kiste Arrowheads Magnopods hervorragend Rounds 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 so die behalte ich bei mir ich habe die Waffe nämlich dabei das sieht gar nicht so schlecht aus da wollen wir noch Gaußen mal gucken ob ich da nicht was anlegen kann hier mache ich das liebend gerne immer im Garten die haben den zwar schon leicht angestört oh hier kommt man nämlich rein das gefällt mir jetzt gar nicht Sekunde mal ich brauche eine Platte und Catwalk oh Gott was gibt es denn da alles lauter Catwalks ich hätte gerne eine Plate ähm mach mir mal zwei Stück davon äh ja die muss ich jetzt dementsprechend drehen und zwar so eins und dann muss ich noch der dritte machen wie ich gerade sehe zwei drei und etwas verstärken ein bisschen Holz haben wir ja so die Farbe verschwindet zwar es ist dann aber verstärkt das ist dann mal einer und dann geht es auf kleine Knoten